Moin Leute, ich bin der Takan aus Harzhof, so eine Art kleiner Bürgermeister aus Harzhof. Wie ihr seht, haben wir seit sechs Monaten eine Baustelle. Ich habe ein Lokal übernommen, was Name und Tradition hat seit 80, 90 Jahren. Die Elektriker sind da, die Lüftungsbauer sind da, die ganze Kücheneinrichtung von Gastrohero ist da. Wir sind jetzt im Endspurt. Wir sind im richtigen Endspurt. Also wir sind nicht im Endspurt, wir sind so fünf Minuten vor zwölf. Da sind wir natürlich gespannt, wie wir das Ganze alles stemmen, aber ich habe so ein geiles Team, dass wir doch alles hinkriegen werden. Hallo, ich bin die Bianca Driesen. Ich bin Produzentin fürs Fernsehen, um genau zu sein, für Kabel 1, Abenteuer leben täglich. Wir stehen hier im schönen Essen Harzhof, wo mein guter Freund Takan bald ein Lokal eröffnet, das Haus Harzhof. Wir haben den Takan von Anfang an begleitet. Wir haben sämtliche Höhen und Tiefen miterlebt. Es ist viel schief gegangen, es ist viel gut gegangen, aber in wenigen Tagen wird das Haus Harzhof dann tatsächlich seine Pforten öffnen. Und ich hoffe und drücke alle Daumen, die ich habe, ganz feste, dass viele Gäste kommen und er tolle Gerichte zaubert. Und alles für unser schönes Stadtteil Harzhof. Genau. Ich bin oben. Tschö! Ich bin oben. Tschö! Vielen Dank.